Ich habe eine Frage für dich und ich meine es wirklich ernst. Hast auch du das Gefühl, dass das Leben mehr zu bieten haben muss, als Tag ein und Tag aus zu funktionieren, um zu überleben? Die meisten Menschen stecken fest im Hamsterrad zwischen Arbeiten und Rechnungen bezahlen. Verflogen sind die Kindheitsträume von einem reichen, freien, glücklichen Leben. Ich sage, das darf nicht sein, das muss ein Ende haben. Deshalb veranstalte ich den einmaligen, großen, emotionale und finanzielle Freiheit Kongress. Sichere dir jetzt deinen Zugang zum Wissen und zur Weisheit der besten Experten Europas, die dich glücklich, frei und auch reich machen können. Der Kongress findet online statt, sodass du bequem von zu Hause aus teilnehmen kannst. Keine Reisekosten, keine Fahrzeiten. Lerne, wie du freier, glücklicher und reicher auf allen Ebenen lebst. Über 20 der besten Experten Europas kommen zu dir nach Hause. Sichere dir jetzt hier, neben dem Video, deinen Zugang zum Freiheitskongress. Hey, hier ist Matthew Markert und du solltest unbedingt beim Freiheitskongress dabei sein, weil es ist wirklich so, dass der allerschnellste Lernprozess einfach schon von den Leuten zu lernen, die das haben, was du gerne haben möchtest. Deswegen hör dir bei den ganzen Experten an, was es da so mitzunehmen gibt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich auf der anderen Seite kennenzulernen. Hi, Evelyn Schülack hier. Nimm auch du am Freiheitskongress teil, wenn du weißt, dass es viel, viel mehr zu geben hat, als du das Hamster hat. Und du endlich dazu bereit bist, dein Leben nach deinen eigenen Maßstäben zu leben. Hallo, hier ist die Petra Fürst. Du solltest dir unbedingt den Freiheitskongress 2016 ansehen, wenn du wissen willst, wie du in deinem Leben endlich frei sein kannst und vor allem, wie du deinen Herzenswunsch wünschen kannst. Und was auch immer dein Herzenswunsch ist, bitte denk daran, alles, was du dir vornimmst, kannst du auch erreichen. Und sei dabei bei Punkt 1, der Gunnar ist ein richtig geiler Typ. Punkt 2, Freiheit ist das Ein und Alles, meine liebe Leute, ohne Freiheit geht gar nichts. Mach mit, wir sehen uns im Kurs. Ja, warum diesen Kongress? Ganz einfach, weil Freiheit das Wichtigste im Leben eines jeden Menschen sein soll und weil es das ist, worum es in der Tiefe geht. Und du hast auf Gunnars wunderbarem Kongress eine so unglaublich tolle Plattform, die unterschiedlichsten Perspektiven von Freiheit zu erleben. Also, sei dabei. Also, mach mit beim Freiheitskongress. Ich bin dabei auch und helfe euch und zeige euch, wie ihr eure Ziele schneller und effizienter erreicht. Wenn du in einem System lebst, wir nennen es Hamsterrad, dann wird es dazu führen, dass es dich alt macht, unter Umständen krank macht und dich energetisch aussaugt und wenn du ganz viel Pech hast, willst du dich umbringen. Und das ist kein Spaß, ist vollkommen so gemeint. Und es ist ganz egal, ob du irgendwo angestellt bist oder ob du sogar selbstständig bist, denn das Hamsterrad ist überall. Und deswegen empfehlen wir dir, wenn du raus willst aus diesem Hamsterrad, dann schau dir den Freiheitskongress an. Hi, mein Name ist Sahel Chiripur und ich kann dir wirklich empfehlen, zum Freiheitskongress teilzunehmen, denn dort lernst du, was wichtig und essentiell ist für dein Leben, um erfolgreicher, glücklicher und reicher zu leben. Alles Gute, wir sehen uns dorthin. Hallo, hier ist Katharina. Ich lade dich zu diesem Kongress ein, der wird dich nicht nur verändern, der wird dich zu einem besseren Menschen machen, zu einem Menschen, der nicht nur sein Leben wunderbar lebt, sondern auch das Leben anderer bereichert, erfüllt, inspiriert. Denn jeder von uns, wirklich jeder hat ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben von ihm. Und du auch. Das ist wirklich wundervoll. Ich habe gesehen, wie viele tolle Kollegen und Experten dabei sind. Ich freue mich auf jeden Fall, euch genügend Tipps zu geben für eure Fitness, für euer Wohlbefinden, um damit eine Basic zu haben für ein freies und erfülltes Leben. Bis dann. Ciao. Ja, hallo, hier ist dein Isabel Manske von liebesfragen.com und du solltest bei diesem Kongress mit dabei sein, weil ich dir zeigen werde, wie du in deiner Beziehung, deine Freiheit leben, wie es uns selbst schon so lange sehnst. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Isabel. Ja, ich finde es einfach wichtig. Nimm dein Kongress teil von Gunnar Kessler, der Hammer mit Top-Experten. Du bekommst so viel Input, wie noch nie zuvor. Ich freue mich auf dich. Mein Herzenswunsch ist es, dich aus diesem Hamsterrad, aus diesem beklemmten Leben zu befreien und freich, frei und glücklich zu machen. Lerne auch, wie du leichter und einfacher als je zuvor Geld verdienen kannst. Sichere dir jetzt deinen Zugang zum Online-Kongress und dein Leben wird nie mehr so sein, wie zuvor. Und beh495-D sehe ich heute so sein, wie zuvor это Baunen wurde. Ich bin der multiplying, wie zuvor jetztablendes sind. Nichts, dassausend fühlen röst wie du leinst und ich sehe dich wie zuvor poill better. Vielen Dank.